Besonders bei langen Standzeiten sammelt sich im Kraftstofftank Feuchtigkeit an und es kommt zur Korrosion. Die Korrosionsrückstände werden bei der Entbetriebnahme des Oldtimers in das Kraftstoffsystem gepumpt und kommen damit in die Kraftstoffpumpe. Kleinere Partikel, die nicht durch das Sieb gefiltert wurden, geraten eventuell auch in den Vergaser und damit auch in die Zylinderlaufbuchsen. Damit ist ein Schaden am Motor vorprogrammiert. Daher muss ein Tank nach längerer Betriebszeit eines Oldtimers überholt und komplett entrostet werden. Es gibt auf dem Markt diverse Tankentrostungs- und Versiegelungssets. Der Profi geht in solchen Fällen aber mit einer sehr effektiven Lösung an die Rote Pest heran. Zur Demonstration wird hier ein Tank aufgetrennt. Diese Technik ist bei schwereren Tankschäden unbedingt zu empfehlen, da so auch undichte Stellen wieder verschlossen werden können. Unbedingt ist zu beachten, dass ein Tank, auch wenn er bereits viele Jahre leer ist, Rückstände des Kraftstoffes enthält und damit bei Funkenflug zu einem hochexplosiven Objekt werden kann. Daher muss der Tank unbedingt vor dem Aufschneiden mit einer Flex- oder ähnlichen Hilfsmittel mit Wasser gefüllt werden. Dies sichert den Tank vor einer Explosion durch Funkenflug. Vorher müssen allerdings alle flüssigen Kraftstoffrückstände entleert werden. Mit einer Trennscheibe wird nun entlang der Kante der Tank aufgeschnitten. Hierzu empfiehlt sich ein Druckluftbetriebenes Werkzeug zu verwenden, da bei elektrischen Geräten der Kontakt mit dem Wasser zu einer lebensgefährlichen Bedrohung werden kann. Nachdem der Tank nun geöffnet ist, erkennt man deutlich die abgelagerte Korrosion im Tank. Ein solcher Tank ist nicht mehr funktionstüchtig. Die Korrosion wird entfernt und die säurehaltige Lösung der Profi-Werkstatt eingefüllt. Hierbei ist auf eine gute Lüftung der Werkstatt und entsprechende Schutzkleidung, säureresistente Handschuhe und Schutzbrille für die Augen zu achten. Die Lösung ist stark ätzend und kann an der Haut und in den Augen zu Verätzungen führen. Die Lösung wirkt nun zwischen einer Viertel und halben Stunde, je nach Temperatur, auf die Korrosion ein und löst alle Rückstände. Die chemische Wirkung dieser Lösung ist deutlich zu erkennen. Wenn nun alle Korrosionsrückstände gelöst sind, wird das säurehaltige Konzentrat aus dem Tank entfernt und der Tank mit Wasser gut ausgespült. Nachdem der Tank getrocknet ist, wird das blanke Metall mit einem Rostlöser wie zum Beispiel Caramba oder einer paraffinhaltigen Lösung ausgesprüht. Die behandelte Tankhälfte ist im Side-by-Side-Vergleich zu der unbehandelten Hälfte deutlich zu erkennen. Das Blech weist keinerlei Rostrückstände mehr auf. Ist keinerlei Undichtigkeit zu erkennen, ist der Tank nach einer solchen Entrostung und mit der Rostschutzversiegelung wiederverwendbar und kann verschlossen werden. Ebenso geht diese auch bei Motorradtanks. Der Entrostungsvorgang lässt sich auch bei verschlossenen Tanks durchführen. Dazu werden die Öffnungen mit einer plastilengefüllten Plastiktüte verschlossen und mit Panzertag verklebt. Danach kann der Rostlöser eingefüllt werden und der Tank bleibt dicht. Nach ca. einer halben Stunde wird der Tank entleert und man erkennt deutlich das saubere und blanke Blech. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 proces Milton Reitseden Vielen Dank.